Okay, MMA Love Podcast Episode 41, jetzt zurück nach einer kleinen schöpferischen Pause über Weihnachten, Neujahr. Coming on strong, es wird ein busy Jahr 2014, ich fühle es, es hat verschiedene Veranstaltungen hier in der Schweiz, es hat verschiedene Sachen, wo jetzt frische kommen, irgendwie spüren sie sich nach, das wird irgendwie so ein Breakthrough Jahr. Auf jeden Fall mal herzlichen Dank fürs Warten und für die Geduld und fürs Wiedereinschalten und das Wiedereinschalten, das Wiedereinschalten, das Wiedereinschalten, Herzlichen Dankeschön, selbstverständlich auch immer noch an unseren Lieblingsponsor www.zollcover.com. Danke, Oli Reisen für die geilen T-Shirts, alles für MMA, BGG und Muay Thai. Des Weiteren, wenn wir uns das Gleiche noch ein Feedback schicken oder so, trotz dieser langen Pause, trotz dieser grossen Enttäuschung, das nichts ist, mmlofpodcast.gmail.com, Twitter, mmlofpodcast, Facebook, mmlofpodcast, Instagram, mmlofpodcast. Einfacher geht es nicht mehr, nur einfach runterklicken und so. Und das Neueste, das Neueste erfahren, ich habe ein bisschen den Hust, ich hatte ein bisschen eine Grippe und so. Ist so ein bisschen ein rechtes, wie soll ich sagen, Weihnachten, Neujahr mit viel Essen und wenig Bewegung und so. Und irgendwann ist es dann passiert, da ist man dann krank geworden. Jetzt ist ja wieder alles gut. Momentan laufen gerade die Brazilian Jiu-Jitsu-Europameisterschaften in Lissabon. Dort hat es diverse Teams aus der Schweiz, die dort partizipieren. Frota-Team mit einem grossen Kontingent aus dem Welschen. An der St. Pereira, Franco Vachirka hat auch eine Delegation abgeschickt. Diverse Mal schauen. Natürlich Carlson Grace in Zürich. Wer sonst, weiss ich nicht, aber ich nehme an, noch ein paar andere. Schön, dass so viele Schweizer BG-Kämpferen hier an die Europameisterschaften gehen und sich dort messen. Das ist schon immer so ein bisschen eine Open-Sache. Das heisst, da kann auch so ein bisschen jeder mitmachen. Viel Glück auf alle Fälle. Wir werden euch sicher noch ein bisschen auf dem Laufenden behalten über die Resultate. Es ist enorm viel gelaufen in der Welt der MMA, aber das haben wir sicher noch schon angelesen und alles. Darum wollen wir jetzt nicht wahnsinnig gross da wieder eine Woche zurückgreifen und über die Zeug reden, die ihr eh schon alle hunderttausend Mal gelesen habt. Vielleicht etwas noch ganz Interessantes. Der Nevera State Athletic Executive Director, Keith Kaisar, hat seinen Posten aufgegeben. Das ist die Athletik-Kommission, die Boxen und Kickboxen und MMA nämlich reguliert, also die Doping-Kontrollen durchführt, die Scheidsrichter aufbietet, die Lizenzen verteilt, die ärztliche Attests erstellt. Eine Nevera State Athletic Commission ist sicher die wichtigste von allen, weil dort die grossen Kämpfe sind. Man kann sagen, von allen Athletic Commissions ist das die einflussreichste Person in den USA, so ein bisschen wie der President von allen Commissions. Ist natürlich nicht, aber faktisch ist es eben schon. Keith Kaisar hat eigentlich einen guten Job gemacht, hat da so ein bisschen die Out-of-Competition-Drug-Tests gemacht, also dort, wo es wohl nicht angeklopft wird, wo kein Zeit und Datum gesagt wird, wenn sie kommen, mit dem Kontrollen machen, sondern dann kommen sie einfach irgendwann. Das hat er zumindest mal eingeführt. Er ist aber recht unter Druck geraten, und zwar gerade wegen der Sache mit dem Punktrichter, und zwar nicht nur im MMA. Für die, die es vielleicht nicht wissen, ist da ein rechtes Skandal gegeben, mit dem Punktrichter CJ Ross. Das war eine Frau, also eine Punktrichterin, die in zwei grossen Kämpfe dort in den Bock geschossen hat. Der erste war Manny Pacquiao gegen Timothy Bradley, die doch eigentlich die ganze Boxwelt unisono gesagt hat, Manny Pacquiao hat gewonnen. Auf den Punktrichterzettel hat er bei zwei Punktrichtern verloren, der eine war C.J. Ross, niemand konnte es eigentlich verstehen, aber es war so. Und der zweite, der Riesenbock natürlich, bei Floyd Mayweather gegen Canelo Alvarez, wo Floyd Mayweather den Kampf absolut dominiert hat, und durch Majoritätsentscheidung gewonnen hat. Majoritätsentscheidung heisst, zwei Punktrichter haben in vorne gesehen, und ein Punktrichter hat unentschieden gegeben, das hat eigentlich kein Mensch von da bis Neufundland verstanden. Und, wer ist es natürlich wieder gewesen? C.J. Ross. Sie ist dann so sehr in der Kritik gestanden, dass sie den Job und Nagel gehängt hat, hat aber dann trotzdem sehr viel Druck gegeben, auch auf den Keith Kaiser. Ob das jetzt schlussendlich der ausschlaggebende Punkt gewesen ist, dass er gekündet hat, oder ob er auch ein bisschen gepusht worden ist, das weiss man nicht. Dana White ist ja nicht einer, der sehr sanft mit diesen Leuten umgeht, was er nicht so mag. Keith Kaiser ist sicher nicht auf seiner Best-Body-Liste gestanden. Ihn hat er natürlich selbstverständlich eben auch kritisiert, vor allem wegen der Punktrichter, oder wegen der Ringrichter, also Cage-Richter, die ab und zu drin gewesen sind. Man weiss ja, Dana White seine Liebe zum Steve Masagati ist so ein bisschen um den Polarkreis rum. Trotzdem ist er immer wieder zum Zug gekommen. Man muss sich ja zum Teil schon sagen, ist es vielleicht auch ein bisschen eine Ego-Sache gewesen, dass er einfach, dass der Keith Kaiser eben doch immer wieder die Leute aufgeboten hat, die eigentlich sehr in der Kritik gestanden sind, die wirklich manchmal einen schlechten Job gemacht haben. Er hat einen Job abgenommen, und zwar ist er bei der Staatsanwaltschaft vom Staat Nevada jetzt angestellt. Und ja, jetzt wird natürlich fieberhaft nach einem neuen Mann gesucht. Ein sehr guter Mann ist der von der California State Eclair Commission, oder von der New Jersey Athletic Commission. Das sind natürlich auch so ein bisschen grosse Kommissionen. Wer es dann schlussendlich ist, das weiss man nicht. Vielleicht, vielleicht eine Überraschung. Sicher auch zu hoffen ist, dass dann der Big John McCarthy endlich wieder kann in Nevada in Cage steigen, was ja absolut absurd ist. Er ist sicher einer von den zwei, drei besten Ringrichter für das Mixed Martial Arts. und trotzdem hat er in Nevada keine Lizenz mehr bekommen. Das ist einfach so zwischenmenschlichem Scheiss, oder? Und er hat selber auch gesagt, solange das der Keith Kaisar Athletic Director ist, dann will er auch überhaupt nicht mehr in Nevada irgendetwas machen. Jetzt ist er weg. Vielleicht kommt da irgendwie ein Konsens zusammen, oder vielleicht wird der Big John McCarthy sogar, sogar, der erbt sogar den Job von Keith Kaisar. Das ist natürlich sehr spekulativ. Weiss ich nicht. Es läuft unheimlich viel. Sie hat angefangen mit zwei UFC Fight Nights. Die erste war in Singapur. Die zweite war in Duluth, oder Duluth, Georgia. Das war gerade ausserhalb von Atlanta, Georgia, wo Coca-Cola herkommt. Die in Singapur, naja, hat einen geilen Main Event gehabt mit Tarek Safferdin. Gleich sind koreanische Widersacher, wo doch über 500 Runden gegangen ist, wo eine rechte Schlacht war. Der Rest von der Card ist eigentlich so ein bisschen so lala gewesen. Da hat es jetzt doch, muss man sagen, Leute gehabt, die jetzt wirklich nichts zu suchen haben in der UFC. Vor allem der Herr, sein Name ist mir jetzt gerade empfangen, aus Singapur im ersten Kampf. Er hatte eine 2-0-Kampfbilanz. Er war sicher nur im Cage, weil das quasi der einzige Singapur-Typ gewesen ist, der irgendwie etwas reissen kann im MMA. Und der hat zwar seinen Kampf gewonnen, aber auf eine äusserst langwierige Art. Einfach Takedown. Und dann hat er zum Teil minutenlang am Boden einfach überhaupt nichts gemacht, sondern sein Gegner einfach kontrolliert. So ein bisschen das, was damals in der Brasilien-Shijitsu-Match passiert, einfach Takedown. Und dann kontrollieren. So jemand weiss nicht, was der zugehört, wie der sich auch metzgert gegen den Leuten, die ein bisschen besser sind. Man wird es sehen, es war jetzt nicht ein wahnsinns Highlight. Die zweite Veranstaltung in Georgia ist jetzt auch nicht der Wahnsinn. Da hat es auch faktisch nur Match gehabt mit Leuten, die so in den Top vielleicht 20, 30 sind. Der Main Event zwischen Luke Rockhold und Costas Philippou hat doch noch ein bisschen Action-Button und so. Aber auch da hat es, wie soll ich sagen, im Hauptprogramm Kämpfe gehabt, die wahrscheinlich normalerweise auf einer Facebook-Undercard wären. Das einzig Neue in dem Sinne war, dass die Kämpfe jetzt auf dem Fight Pass, auf dem neuen Digital Network von der UFC gezeigt worden sind. Das kann man kaufen, und zwar für 10 Dollar im Monat. Da kann man sowohl die Fight Nights schauen, durch keine Pay-Per-Views. Also Fortschämpfe von Pay-Per-Views kann man auch dort schauen. Man hat Zugang zu den Libraries, zu der Bibliothek der UFC, wo Kämpfe von Pride, WEC, Affliction, selbstverständlich UFC, allerlei Sachen zu sehen sind. Zuerst einmal ist das nur in den USA, Kanada, Australien und Neuseeland zu haben gewesen. Für uns Europäer, also aus dem deutschen Raum, konnte man nach wie vor die UFC gratis auf UFC.tv schauen. Jetzt ist das eben nicht mehr so. Jetzt gibt es Fight Pass auch bei uns, und wenn man diese Kämpfe legal schauen will und nicht irgendwo abladen auf dem Internet, dann muss man halt diese 10 Dollar, 10 Franken sind das so umgerechnet, muss man Löhne für das UFC-Programming da können Sie sehen. Momentan laufen gerade zwei Toughs, Tough China, epische Sache, mit geilen Leuten. Die eine Gruppe hat plötzlich ihren Head Coach verloren, an die chinesische MMA-Legende. Ich habe mal geschaut, der hat glaube ich es acht Kämpfe und alle acht gewonnen. Er hat aber erst so eine Weile nicht mehr gekämpft. Der ist irgendwann plötzlich verschwunden, nicht mehr nur mehr gewesen. Es hat geheiss aus persönlichen Gründen, sei er weg. Jetzt, ich habe nicht genau gewusst, ist er jetzt weg für ein, zwei Tage oder weg für immer. Er ist jetzt auf alle Fälle kein Thema mehr in dieser Tough Staffel. Also nehme ich mal an, er ist jetzt einfach weg und kommt nie mehr. Das Coaching wird jetzt übernommen von einem Chinesen, so ein bisschen grösseren Herr und er wird ein bisschen unterstützt von einem amerikanischen Coach, wo man auch schon gesehen hat, so bei den UFC-Veranstaltungen im Ecken stehen. So wie der Heiß weiß ich nicht genau. Ja, der Yoga-Instruktor ist ja, ist rausgeflogen, der ist gegangen schon lange. Es hat auch noch andere, so ein bisschen seltsame Gesellen gehabt. der Film-Schauspieler, der hat seinen Kampf gewonnen. Als er gekämpft hat, ist er plötzlich ein Mensch aufgetaucht, ein sehr schlanker, grosser Herr mit einer schwarzen Lederjacke, die aber alle gekannt haben. Das ist irgendein Action-Star aus China, wo wir keine Ahnung haben, wer das ist. Es ist auf jeden Fall sehr interessant, weil das ist wirklich etwas, wie soll ich sagen, weil da treffen zwei Kulturen aufeinander. Es ist interessant, da ein bisschen bei den Chinesen hinzuschauen. Man fühlt sich so ein bisschen wie in einem Bruce Lee-Movie aus den 80er-Jahren mit den Handbewegungen und der Kameraführung. Die zweite Tough-Staffel, die jetzt läuft, ist die Tough Nations. Das ist ein Länderduell zwischen Kanada und Australien. Das findet statt in Kanada. Da haben sie ein Haus irgendwo in den Pampas draussen, wo die wohnen. So eine schöne, so eine kanadische Holzhütte, wie man es sich so ein bisschen vorstellt. Ja, ich muss sagen, es sind, glaube ich, es sind ein paar gute Kanadier dabei. Von den Australiern weiss man relativ wenig. Die haben alle nicht so wahnsinnig viele Kämpfe und haben auch schon die ersten zwei Kämpfe verloren gegen Kanadier. Trainiert werden die Kanadier von Patrick Cote und die Australier von Kyle Noakes sind also auch nicht wahnsinnig jetzt irgendwie super bekannte Leute. Ja, ich muss sagen, die ersten zwei Episoden sind recht langweilig gewesen. Ich habe mir in der Hälfte von der zweiten Episode mal überlegt, ob ich einfach vorwürgenspulen und nur den Kampf fliegen und so. Das habe mich aber trotzdem durchgepowert. Und Elias Theodorou aus Kanada hat dann gewonnen, er ist nicht nur ein Kämpfer, sondern auch ein Haar-Model in Kanada. Sachen gibt es, gibt es scheinbar auch. Es gibt Handmodel und Haarmodel, er ist jetzt ein Haarmodel. Ja, kann man sagen, hat schönes Haar, schöne Frisur, schön gepflegt und so. Ich nehme an, das zählt etwas in der Welt von der Werbung. Ich mit meinem Schütternhaar hätte da wahrscheinlich weniger Erfolg. Auch Handmodel mit meinen Wurstfingern wäre wahrscheinlich nicht so das Ding. Ja, das ist jetzt wirklich nicht wirklich eine Tough-Staffel, die ich jetzt wahnsinnig weiterempfehlen kann. Ich werde sie schauen, weil ich so nichts zu tun habe. Aber jetzt begeistert bin ich nicht. Ich bin eigentlich mehr am Warten, vor allem auf Tough Brazil 3 mit dem Cel Sonnen gegen den Van der Le Silva und die neue Tough-Staffel in Amerika mit dem Frankie Edgar gegen den BJ Penn. Da macht dann auch noch Mark Coleman mit und so weiter und so weiter. Das wird sicher einiges interessanter. Es stehen da uns so ein bisschen ich möchte mal schnell in die Titellandschaft schauen. Wir gehen einmal in Schwergewicht. Der Cain Velasquez hat sich an der Schulter operieren lassen. Er wird mehr oder weniger das gesamte 2014 ausfallen. Dort gibt es aber einen Number-One Contender-Kampf und zwar wird der ausgetragen zwischen Travis Papa Brown und Fabricio Verdum. Der Sieger von dem Kampf wird definitiv gegen Cain Velasquez antreten entweder Ende 2014 oder Anfangs Halbschwergewicht da steht uns ja ziemlich bald im Titelkampf bevor. John Jones kämpft gegen Glover Teixeira. John Hackleman der Trainer von Glover Teixeira war auf dem Joe Rogan Experience Podcast und hat dort gesagt wenn Glover Teixeira ihm in die Pratzen reinhaut also mit den Fäust dann hat das Gefühl alle seine Knöchle in der Hand sind verrutscht. Er hat fast noch nie jemanden erlebt der so hart schlagen. schlussendlich rauskommt man wüsste es nicht aber es sind doch einige Leute die sagen der Glover Teixeira packt es. Das ist im Halbschwergewicht im Mittelgewicht da kommt es dann irgendwann mal zum Kampf zwischen Chris Weidman und Vito Belfort das wird natürlich noch für viele Spekulationen sorgen der Kampf wird auf allen Fälle in Amerika stattfinden das heisst für Vito Belfort wenn er TRT benutzen dann muss er einen Antrag stellen ob er das wird machen das weiss er selber bis jetzt auch nicht er hat es mal gesagt nein aber kürzlich er macht es wahrscheinlich doch ich meine wieso er nicht und der Keith Kaiser hat irgendwann mal gesagt nein jemand der früher mal verwischt worden ist mit Steroids wird Sicherheit TRT Exemption bekommen mittlerweile ist er nicht mehr bei Nevada State Clara Commission und darum weiss man wie die neue Politik ist man hat zwar schon wieder gehört es ist trotzdem möglich dass er eine Lizenz für TRT bekommt sicher auch da ein recht interessanter Kampf dann gehen wir ins Weltergewicht das ist auch ziemlich bald wie in Schweden Werder neue Champion ist George St. Pierre ist gegangen und das ist sehr interessant plötzlich macht George St. Pierre den Mund und lässt nicht nur irgendwelchen Stuss oder irgendwelchen langweiligen Zeug sondern sehr Interessantes er hat gesagt er sei sehr unzufrieden mit der UFC bezüglich ihrem Stand mit der Doping Kontrolle mit der VADA die er wollte im Vorfeld zum GSP gegen Johnny Hendricks hat GSP vorgeschlagen dass man VADA Testing macht also Voluntary Anti-Doping Association und dann ist das hin und her gekommen und so auf jeden Fall hat Dana White gesagt ihr seht irgendwie stupid aus mit eurem hin und her und doping und nein und was weiss ich was für einen Test und so das hat ihn doch recht enttäuscht und wahrscheinlich auch dann Antena White seine kommentare nach dem kampf mit johnny hendrickson und gesagt der gsp kann nicht aufhören er schuldet allen dem mma uns den fans am gurten titel am johnny hendrickson einen kampf und so der gsp schuldet überhaupt niemandem irgendetwas er macht das was er will mittelweil geht es ihm gut man hat ein Foto gesehen wo er irgendwo am Strand rumlacht und fun zeit hat und so aber seine kommentare sind ein bisschen bissiger worden und so er ist nicht zufrieden mit den ufc aber natürlich klar er wird auch begreifen er hat natürlich das leben das er jetzt hat weil er in den ufc erfolge hat und ihm das ermöglicht hat also es hat vielleicht nicht zu fest die handbeissen die ihm füttert um den vakanten titel kämpft johnny hendricks gegen Robbie lala wirklich der cinderella man bis vor kurzem ist der noch irgendwie so ferner liefen in der strike force mittlerweile kämpft er um einen ufc titel wäre natürlich eine wahnsinn story wenn er den titel holen aber schon nur dass er einen titel kampf bekommt ist schon ganz verrückt wir gehen ins leichtgewicht dort anthony paris auch er ist verletzt jetzt kämpft mal benson henderson gegen josh thompson josh thompson henderson noch irgendwie kämpft kämpft jetzt sehr schwer mal das ist jetzt am wuchenend gegen benson henderson wo sein titel ja anthony paris verloren hat dort ist also noch nicht wirklich klar wer den titelkampf bekommt da ist auch noch der kabib nur magomedov irgendwo in den rankings dabei gegen ihn wird plötzlich überhaupt niemand kämpfen einerseits weil er sehr unangenehmen stil hat und andererseits weil er halt dann gehen wir ins federgewicht dort kämpft jose aldo gegen lorenzo lamas sage ich das richtig gibt es auch nicht einen filmschauspieler der so heisst ok gegen lamas auf alle fälle einfach eine normale titelverteidigung dann gehen wir eins tiefer der dominant cruz das ist sicher der grosse verlierer von dem ganzen shuffle er hat jetzt zwei jahre nicht kämpfen aufgrund von zwei ganz schweren knieverletzungen also knieoperationen hätte jetzt sollen gegen den interim champion hen barral kämpfen hat sich jetzt da auch wieder verletzt und zwar mit einer zerrung im landenbereich eine landenzerrung und kann jetzt nicht kämpfen hat den titel vakant erklärt der neue champion ist jetzt der henn barral er kämpft er verteidigt seinen titel gegen den alten haudecken uriah faber der ist kurz eingesprungen und hat es absolut verdient normalerweise werden es 7000 haters in den foren und so aber das mal wirklich nicht weil man muss sagen obwohl es wahrscheinlich sein gefühlte 35. titelkampf ist hat es absolut verdient hat es absolut verdient wir gehen in die tiefste gewichtsklasse ins fliegegewicht mighty mouse johnson hat dort eigentlich keinen klaren herausforderer dort wird es da noch ein bisschen ein stuhl rücken geben bei den contenders und so da wird man erst später mal wissen wer gegen wer kämpft das wäre es eigentlich gewesen von der news ecke wie bereits gesagt es stehen einige sachen an am 1. märz ist die erste swiss las vegas veranstaltung auch da wieder mit thai boxen mit mme selbstverständlich auch den paulo balicia werden wir dann sicher auch noch irgendwann mal befragen was er dann so auf dem menü hat dann am 15. märz haben wir schon amateurs in basel das steht mal an dann was haben wir sonst noch wir haben noch diverse am sagen wir es am 19. april soll strength and honor wieder in genf stattfinden am 26. april ist oh ja am 26. april ist ready for war reload heisst es weil die letzte hat ja auf juristischen gründen nicht stattfinden geht wieder ins volks aus wird sicher thai boxen mma haben mirko kuhn wird wieder in cage steigen wer wissen will fit ist der soll sich mal bei facebook seine videos anschauen wenn er sich vorbereitet in thailand dann am 24. mai amateurs schotto in uster am 7. juni soll es zu einer grossen mma veranstaltung in zürich hit fc da werden wir sicher noch genauer berichten um was es dann da handelt 28. juni amateurs schotto in genève genève genf dann gibt es ahm jetzt müssen wir schon ganz weit hinterher gehen ähm nein das ist nichts ähm haben wir da das ist es auch nicht was sind denn das für komische daten da ah da 11. oktober ganz äh amateurs schotto in sien im schönen wallis aber dort wo man französisch redet also Achtung ähm dann haben wir noch am 8. november amateurs schotto in aarau da sind wir schon fast am ende jahr und dann die grosse finale die findet statt am 13. dezember das grosse amateurs schotto finale und glaube ich wieder eine hit fc veranstaltung ebenfalls in zürich wir werden es gesehen wir werden auf dem laufen halten heute im program haben wir auf jeden Fall zwei ganz geile gäste wir haben also ein bisschen oder ich habe also ein bisschen anfangen mit so ein bisschen die persönlichkeiten im schweizer mma also ein bisschen fragen was so ein bisschen im 2013 gelaufen ist was ein bisschen der ausblick ist aufs 2014 heute haben wir mal zwei unser bellatorvertreter aus der schweiz der friburger volkan oztemir wird uns erzählen was dann bei ihm so ansteht und was gelaufen ist und natürlich friend of the podcast und leinbacher mma legende yasubei enomoto frisch aus russland zurück was läuft bei ihm wir werden es hören so der erste kämpfer vom 2014 den wir auf dem podcast werden haben ist gleichzeitig auch einer der absolut besten der schweiz und darum sind wir froh haben wir ihn da wir werden einen kleinen rückblick einen kleinen ausblick mit ihm unternehmen so ein bisschen wissen was so bei ihm passiert welcome back to the podcast volkan first of all happy new year and how are you i'm fine i had some great like stuff with my family for christmas and new years and now i'm focused again and now i'm training for for these next years you know i want to be ready and i'm excited for the new year i'm also excited about about what's what's going to be happening in europe professional mma life let's go straight to the chase here bellator announced a light heavyweight tournament with a with a rampage jackson king mole of all saiyots from russia and mpumbu but there's no volkan in it what happened yeah so i saw that thing is i had some small issue with my managers and now i'm resolving them and i'm maybe having a date soon so it's not really official yet but it's not going to be for the tournament and it's going to probably take another sometimes more to fight in tournament but you know i'm going to do it and i'm waiting waiting for it could you specify a little bit what kind of issues you had with the management i think like not really good taking care of me and stuff you know so not really pressuring bellator to make me fight so i'm waiting a lot and you know so yeah now everything is solved and you know i'm waiting for my next fight so did you change the management not yet but you know i'm kind of free agents right now so i'm waiting for for opportunities now is that like an american management or is this somebody in switzerland it was yeah it was okay it was u.s. management but a small guy and yeah i think it's like it's better to deal with yeah big guys and stuff to better than than small guy like that you know yeah okay that's very interesting stuff you fought last on october 25 that's three four months ago that's not too too bad when can we expect volkan back in the cage in bellator i think like two or three months and if not i'm gonna ask to fight in the shc switzerland you know and yeah i really want to fight there and if i can't get a fight in between i want to fight in geneva oh at strength and honor yeah of course okay i'm looking at the bellator schedule there is a there is a bellator 116 that's gonna take place at april 11 would that be like a date that that would be optimum for you yeah it's cool yeah it's cool it's gonna give me time also it's like what what and so yeah sometimes lose weight get ready and stuff you know now i'm looking at the fight that takes place on april 11 there and the main card that's a joey beltron versus vladimir matushenko if any of these guys get injured would you willing to step in of course man it's like you have to you have to step in all the time you know you have to show yourself you have to show the world what you're capable of you know so if there is any chance i can get in the big stage you know i'm gonna go for it now the light heavyweight division at bellator is pretty stacked i mean they're good guys as i mentioned rampage jackson king mole of all emmanuel newton atila vick vladimir matushenko joey beltron mpumbu how do you see yourself in the mix with these guys i see myself as the champion already you know it's like just a matter of time like to make me win against this guy you know it's just it's just gonna it's just the fact of the time who's gonna show us you know who i am you know so no problem for me you know i'm waiting for my own personality and when i'm gonna face this guy i'm gonna knock them out i like this attitude i like that very much that is not that is not the quiet vulcan that we usually know what happened 2014 man oh okay was that like a new year's resolution i'm gonna call out guys no it's just yeah it's the same but you know i i know i know what my strength is and you know i'm just waiting for to show you know okay waiting to show you and i want to fight you know also badly because i feel myself you know like i'm not doing enough you know i can do a lot more and i'm not doing it so you know i'm starving i want to eat you know it's hard for me you mean like you're not fighting enough no i don't i don't think so okay especially i'm really motivated when i have a fight coming up and if i don't you know it's not the same you know yeah i like i like this new vulcan i like that i like that one um of all the guys i mentioned who would you like to fight oh really i think rompache okay if i have to choose because he's the big guy you know he's the big name so if i have to choose but anyway you know i'm just i'm just gonna do my you know my walk till the the belt i really don't care who got the belt but i want the belt you know but if i can get rompage in my line you know it's gonna be the best best thing for me you know for my career and for me also yeah what do you think how would that be i mean we all grew up in this sport and we watched rampage fight and pride and then we watched him in the ufc and he's a big star and we saw him in numerous shows on television and stuff like that what do you think how will it be if you stand across him in the cage for me it's not really a problem because first of all it's not the same as before you know it's not that big rampage you slam people you know in pride and stuff and also i don't really care who they are you know they can you know they're not superstar they're just human you know so i can touch them they can punch me and that's it you know yeah has Bellator contacted you in any way shape or form to tell you hey stay busy or stay fit stay in shape you're gonna be no this is the thing you know i really have no news right now so that's why i was arguing okay oh i see now there was a Bleacher report Bleacher is a news outlet that also writes about MMA and they had an article about you where they were naming you as a top prospect of 2014 how does that make you feel yeah i was happy i read that on the facebook of a danish friend because i fought there once and yeah i was surprised and they write really good stuff about me and you know it motivate me since you know i was sitting on the sofa you know watching tv then i was on my facebook and see the article yeah then i said oh man i have to go to the fitness you know it was sunday evening you know so i went to the fitness no problem i had to put full weight you know really and this kind of stuff you know just give you strength you know give you motivation and energy so it's always good to hear about that you know especially from stranger and stuff you know yeah that's cool talking about energy now i see a picture on a facebook with you on an energy drink what happened there ah yes yeah i got like a new sponsor six cents energy drinks like a kind of red bull stuff and they got like collector version of me you know so they support me by giving all the money from the drink and it's cool for me you know is it a good drink yeah of course man it's mine you're happy with the product yeah they have a really good package and you know the taste is good you know so i'm glad is this available only in the french speaking part of switzerland or is this also available yeah right now it's more than more i deal with some kebab you know some friend of mine some some restaurants that i know you know so they sell that because it's right now it's a little bit expensive because it's just for the support you know yeah it's 100% for support not really for only for the drink you know if you want to if you want to buy something you know you go you go buy some red bull or i don't know monster you know but this one the collector version is like for supporting me so i sell right now with friends and stuff you know so but there is some there are going to be some other versions you can buy in store soon so if anybody would like to buy an energy drink with your picture on it just to support you or just to have this incredible energy as you have in 2014 where would you where would you have to go they can contact me on facebook or they can go on the website from six cents dot com six cents dot com or contact you on facebook yeah very good very good i want to take a look back at 2013 very successful year in terms of you got the big contract for Bellator you fought four times you went 4-0 you fought for for Valhalla three times and the last fight for Bellator how would you rank 2013 in MMA MMA wise for you my best years because i was really happy with the fight the way they go you know knockout and stuff you know so yeah i felt really good and for me it was my best years because also with the training i was really feeling good and i was learning a lot so yeah i think it's the years i developed myself the most you know okay so yeah what's the what's the what's the number one thing that happened in 2013 for you oh it's the the contract you know of course and yeah i got some also good training stuff you know i went like end of the year in a camp with Alistair also you know to help him for his next fight with Frank Mir uh-huh and it was also a good experience you know one month there in Thailand you know and it was cool really cool when was that um all the months of December okay and what can you tell us about being in camp with Alistair Overeem yeah it was it was cool you know this guy he's a beast you know he's strong and it was like it was really cool because there was like three or three trainers 100% behind you we were only four guys with three trainers focused on you so yeah it was really really cool and how did you get the job how were they finding out about you um I was training with him long time ago also you know and I saw I saw him be one time in years you know and then he called me for that you know and yeah we did it okay and can we expect good things from him sorry can we expect good things from Alistair Overeem in his next fight yeah of course of course man you will see okay what what did what was the thing that impressed you the most about him um you know he's got he's got really good footstep you know for heavyweight yeah he's walking a lot and this is it's not common in heavyweight and of course man you can't you can't say he's not but he's got the most powerful knee I ever met you know okay really fucking good timing and fucking strong knees and destroy you you know yeah everybody speaks highly about his knees and that they come in in a very unique way so yeah okay now obviously the high point was your contract with Bellator what what were things that didn't go or that you were not happy about that happened in 2013 when I was when I had to cancel some fights and stuff you know it's always bad you know it's always bad stuff and yeah this was the most annoying now if we look at your picture on Facebook you still have the strength and honor thing on there that was a long time ago I'm not updating that too much but yeah I'm waiting for my next site to change it okay now I want to stay at Facebook a little bit because something worries me a lot and you have an awesome Facebook by the way there's a guy who builds a cage and you can go like with the picture step by step where he I don't know what's going on with this guy but he's awesome yeah he's a friend of mine he's doing his stuff you know and he's really a fan of it and now the cage is freaking beautiful so it's cool to see how he built it it's awesome it looks great another thing is that we see a lot of picture about Volkan Özdemir he's there with a very lovely lady they are holding hands they're kissing they have dogs and babies in their arms and she writes beautiful stuff about you what is going on over there yeah she's my love but you're not going soft on us in 2014 sorry you're not going soft on us in 2014 no I don't know but I mean I'm feeling good like right now my life is cool and you know I have no bad energy right now so I got my fight coming up probably and you know I got a good time with my lady my kids and my dogs it's awesome so now I'm living a good life everything is good for me so it's gonna you know this year is gonna be good how important is it for you like the background your background in terms of family and friends and stuff like that you have to be around good people you know all the time you have to be surrounded by good energy and just give you strength just give you motivation and just make you win you know if you live bad life you do bad things you're gonna end up bad yeah there are a lot of fighters they say they fight for a reason they fight for their family or they fight for their kids and stuff like that is that something that is also in your life a thing or you know I don't know why I fight really I don't do it you know I just I don't know you know but of course right now this gives me money so of course for my family also but I love to fight you know there's no reason really yeah so you just like to fight yeah of course would you fight if it would be no money in it that's a good one I did it already you know I did it twice in my professional fight but I'm not gonna do it anymore because I'm not like prostitute you know I do it for a reason really because I'm personal and you know if you know how much you're valuable you don't do it for free you know because otherwise if you do for free the other fighter who needs money they're gonna be fucked because if they wanna ask more money and there is someone who fights for free you know you fucked up the marketing you know the market thank you very much for your time I know you you're busy I think you're in the car and I just have one or two more questions like if we switch and we take a little time capsule and we're gonna be 22nd of January in 2015 where is Volkan Özdemir then in his MMA career for me I'm gonna be the other champ or maybe maybe I don't know even more and yeah I will see but I'll see you know step by step where I'm gonna go you know I know I'm gonna be champ this year and that's it you know I'm gonna do everything to it you know I can have one loss two loss no problem but I'm gonna be champ you know I like that what do you mean by Bellator champ or even more so you know I like better but of course UFC is cool but I feel great with Bellator right now so you know they're my boss and stuff so you know they're the main reason I fight right now so yeah even more maybe but right now it's Bellator are you concerned are you concerned sometimes that by you know you read stuff about Bellator and about their contract issues and about people who are not happy now we have a situation where Patrick Pitbull Freire he's not happy because he won the tournament but now he doesn't get a title shot somebody else will get the title shot first there's a lot a lot of issues also yeah with contracts we know about Eddie Alvarez and the whole thing are you sometimes concerned about that the thing is I haven't read that yet but this makes a problem of course if you you're supposed when you win the tournaments to fight for the belt so that's a big problem Bellator they say they're a four-man tournament and the league only with tournaments you know the winner gets the belt you know no other people so I don't know they have to do what they have to do you know that's yeah you know they're the boss you can't they're that much you know but it's not cool at all you know okay I have one last question because there was a challenge issued by the World Series of Fighting to Bellator and they said let's do a cross promotion let's have Bellator guys fight guys from World Series of Fighting who would you like to fight from the World Series of Fighting I don't really know the guys I think I saw the fight Mike Pyle or Kyle with Anthony Johnson yeah so I just know those two guys oh yeah of course Tyron Spong yeah and yeah one of the three of them is going to be cool that would be an awesome fight you against Tyron Spong yeah wow it's going to be fireworks that will be fireworks well it's probably not going to happen because of course cross promotion and everything that is very difficult hey Volkan thank you very much for answering our questions all the best for 2014 I like this new Volkan outspoken brash calling out people not afraid I like that that's a good attitude whatever you do keep on doing that yeah no problem thank you very much yeah thanks all right bye 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 das ist er gewesen der Volkan Öztemir wie bereits gesagt auf Facebook vertreten äh ja frendet ihn an und dann seht ihr auch dort die Bilder von seinem Energy Drink und wenn ihr mal Lust habt ihn ein bisschen zu unterstützen und so wie bereits wie er gesagt hat kommt der Erlös von diesen Drinks kommt ihm zugute und dann könnt ihr euch mit ihm in Verbindung setzen das bestellen oder eben sixcents sixcents.com glaube ich kann man es auch bestellen äh das ist er gewesen Volkan Öztemir Bellator Fighter so und jetzt auch auf dem Podcast gut friend und immer immer ein episches Gespräch und äh es ist immer so dass wir manchmal irgendwie so einen Tag vorher oder so telefonieren und dann reden wir eigentlich schon etwa über eine Stunde und dann habe ich noch gar nicht aufgenommen und das sind meistens ganz geile Gespräche also da erfährt man einiges über was so in der Welt vom MMA läuft und so und dann müssen wir manchmal wieder einen Podcast machen und dann quasi wir müssen das gleiche sprechen aber ist egal wir machen es trotzdem wieder wer ist es jawohl ihr habt es richtig geraten Yasubei Enomoto vom Enomoto hier schon im schönen Leinbach äh unser Russland-Korrespondent vom MMA quasi äh zuerst einmal Happy New Year und wie geht es ja nächstes Jahr geht es gut ein bisschen akklimatisieren noch in Thailand aber ich bin jetzt du bist jetzt im Leinbach oder und nicht mehr in wo du auch immer bist in der Welt und dann gehst du wieder weg und dann gehst du wieder weg dann gehst du wieder weg ja wahrscheinlich schon wenn ich nicht koorganisieren dann gehe ich weiter wieder auf Thailand zurück wieder auf Thailand zurück zurück hmmm nicht unbedingt oh ein paar andere ja es muss ja nicht immer Thailand sein warum ist ja nicht so billig und ich muss immer hin und her fliegen wo gibt es denn andere Orte wo wo weniger billig sind und gleich eine schöne schön schön ja ok das ist wieder eine andere Sache ah ok ich habe jetzt mehr Jobtechnisch gekriegt aber ja 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 klar ja klar das ist jetzt so ein bisschen konträr zu deiner äh normalen Politik amix dass du so ein bisschen viel in Leinbach äh trainiert hast und und dich dort auch ein bisschen heimisch gefühlt hast jetzt gehst du mehr so ein bisschen ins Ausland und trainierst dort was hat sich denn geändert ich trainiere ja nicht unbedingt ich bin eigentlich immer im Winter im Heim und so und so und so ich bin jetzt grad fast jedes Jahr mindestens ein bis zwei und so und so und so auch zum den Winter überdrücken so ok aber äh veränderte ja einfach das äh die Feli hat nicht zu viel Zeit mehr zum trainieren so ja das es ist halt ein bisschen schwieriger wenn das Team aus zwei Leuten besteht so wenn du nachher ein 100% Zeit gehst dann ist es schon ein bisschen schwieriger so genau für die die jetzt nicht draus kommen für die die jetzt nicht draus kommen Philippe Enomoto reden wir natürlich das ist dein Bruder ähm erzähl uns doch mal äh es ist so ein bisschen also so ein bisschen das Gerücht rumgegangen äh er zieht sich zurück vom Sport was kann man da dazu sagen ja das Gerücht rumgegangen hehehe das ist ja das Gerücht hehehe jaaa wo gehörst du wieder du jetzt hör ich's überall naja du gehörst jetzt grad ein klemm Ding am umorientieren aha das ist ein bisschen anders zu machen oder das kann man da rüber ja und dann sprach ich muss jetzt halt auch schauen wo ich jetzt äh mit der einen Werkzeug ich probiere mich da zu organisieren aber ich das ist vollständig der Möglichkeit ok ähm apropos Kelti hab ich noch den letzten Kampf hast du in Khabarovsk gemacht äh und das sagt einem selbstverständlich nichts man weiss es ist in Russland wo die meisten von deinen Kämpfe sind und jetzt bin ich mal auf Wikipedia und Khabarovsk ist quasi gegenüber von von kann man sagen also wirklich am Arsch von der Welt also zumindest am Arsch von Asien nach hinten also wenn man da mit dem Schiff noch etwas rauswürmen auf Japan kommen genau wie kommst du darauf da in Khabarovsk zu kämpfen ja Offerte aha Offerte wie gesagt Geld regiert die Welt wo die Offerte bekommt dann geben wir den dann ist das so irgendein russischer Oligarch der sich da hinten den Luxus leistet von einer NMV veranstaltet nein es ist eigentlich schon ein Event das ist schon relativ lange also wie gesagt in Russland gibt es sehr viele Events also der Event der Event veranstaltet schon relativ lange und in Sibirien gibt es relativ viele Events und das habe ich erst letztendlich erfahren also auch Kohlenhandel und auch relativ gross ja und wenn man mal so schaut wer auf der Fightcard war der André Koreschkov der ist ein bekannter der Baga Agaiev das ist ein kleiner Haudegen dann aber auch Mr. X Xavier FUPA das sind Leute die man auch kennt auch international und selbstverständlich du ja es ist ein Ex-King okay es scheint oder sogar rompieren ich weiss gar nicht nicht unbedingt nicht nicht sondern international und so was kannst du uns über die Events sagen war es gut organisiert und alles oder ja es ist nicht schlecht also die Events am liebsten und immer es war riesig gross ich habe nicht erwartet ich habe gedacht es war immer schön also das ganze um die Events war eigentlich sehr gut habe ich nicht klagen es war einfach scheisskalt wieviel wieviel Zuschauer sicher es war gut organisiert die Zuschauer sind gut abgekommen 7000 haben sie gesagt 7000 Hallo du kämpfst normalerweise so ein wenig mehr Richtung Europa in Russland hätte man dich trotzdem auch gekannt dort in Sibirien ja darum haben sie mich gelaufen okay ich habe das ja ich habe in Russland gehabt bei mir schon so ich habe bei jedem Konferenz gar nicht immer danach ich habe gute Leute bis sie wieder zu kämpfen oder so dann kam es wieder schnell nachher nachher dann kam es wieder so dein Gegner war der Lokalmottador der Rostam Bogatirev der ist von Khabarovsk Khabarovsk Russland hat einen recht ansprechenden Kampfrekord 12 Siege jetzt hat er 5 Niederlagen vorhin hat er 4 gegen ihn verloren wir haben es gesehen auf YouTube hat er aber schon gegen Steve Karl geboxt hat gegen ihn verloren ja wie ist aus deiner Sicht wie ist der Kampf so gelaufen ja an sich ist der Kampf gut gelaufen ja an sich ist der Kampf gut gelaufen ja ich bin relativ dominant wenn ich nicht sagen dass der Kampf schlecht gut war du hast gesagt du hast dich schlecht gefühlt wie meinst du das ja das akklimatisieren war mühsam ja Temperaturunterschied von 50 Grad Gewicht machen ist mir relativ schwer gefallen also wegen der Kälte kommt man da nicht in die Schwitze nein nicht wegen der Kälte ich habe mich ein bisschen verschätzt es gibt Schwertes bis zu tauchen ich habe inzwischen mal etwas zu bescheissen und schlecht bescheissen so viel Lust ich mache es ok es ist eher nicht so dass es wahre mega viel Gewicht machen finde ich wenn du auch ja dann siehst du wie cool wiederholt zu und dann kannst du immer rutschen mit nichts du bist dann von Thailand rausgeflogen wie lange warst du im Flugzeug sorry du bist von Thailand nach Kabarovs ich finde den Namen so geil wie lange bist du da gereist ich bin schon krank ich bin schon krank ich bin schon krank und es ging langsam angefangen ich bin schon krank 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 ich bin auch beim Event ab dem Kampftag das wird ausbrechen das ist am ersten Tag später ausgebrochen ok von dem her noch gut ähm wie ist denn so gegen einen Lokalmattador zu kämpfen hat man da so ein bisschen bedenken wenn es über die volle distanz geht das ist jetzt bei dir so du hast trotzdem unanimes decision gewonnen aber hat man das so ein bisschen im Hinterkopf dass der halt von der Stadt ist ja das ist das wirklich bei dem Sex langsam gewinnt gegen den Lokalmattador ja stimmt ja absolut ja nein also bei dem Kampf hätte ich niemals gedacht also ich habe keine Ahnung ich kann es gar nicht genau sagen aber die ersten zwei Runden waren viel zu dominant dass man nicht sagen können dass die Indien und die letzte Runde haben sie auch eine Aktion also kann man sicher machen so oder dann weiht ja sicher wer unten hat im Herzen ja im Herzen ja im Herzen ist immer eins aber auf dem Zettel ist etwas anderes ähm ähm Siedli habe ich auch jetzt genau ähm ähm ladet sie sich wieder ein? ähm sie haben sie schon vor so okay was wäre ein Grund nicht zu gehen? die Kälte oder? ähm keine Ahnung Kohle ja mehr Kohle Kälte ist so eine Sache es ist einfach verdammt ja gesund du kannst jetzt nicht sagen ja ich komme jetzt irgendwie eine halbe Woche vorher so weil keine Ahnung müsste man das nicht akklimatisieren in der längeren Zeit so ja vielleicht im Sommer würde ich da hingehen und im Sommer kann es bis zu 40 Grad werden und im Sommer bis zu plus das ist noch extrem so ein Temperaturunterschied wenn Leute dann ja es ist brutal sie haben gesagt im Winter kann es bis zu minus werden 40 Grad und im Sommer bis zu plus Wahnsinn Wahnsinn das ist schon krass deine Russland-Tournee ist also weitergegangen ähm ich muss das mal muss ich das mal zu Augen führen du hast wann hast du eigentlich jetzt hast du seit dem 2 mein Gott das geht bis seit dem 2011 also der letzte Kampf den ich glaube nicht in Russland gemacht hast gut hast du einen in Amerika gemacht zwischendurch oder? in Amerika? nein also aha mal ja mal M1 hast du doch mal eine ich habe zweimal in M1 in Amerika gekämpft ok also dort wo ich den Titel gewonnen habe und dort wo ich äh einen Kampf vor dem Titelkampf gekämpft ja ok äh die letzten oder zwei von den letzten drei Kämpfe hast du da für die Fight Nights Battle of Moscow hast du gemacht ist das etwas wo du äh weiter wirst du führen oder gibt es da schon Angebote oder so? ja ja das haben wir schon Angebote gemacht also das ganz ich weiß schon wieder wie ich hatte auch unter anderem du hast äh im 2012 hast du zwei Kämpfe gemacht im 2013 hast du drei gemacht was ist das Optimale für dich? das Optimale das ist für dich sechsmal kämpfen sechsmal kämpfen wenn es geht 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 ja das ist jetzt sechsmal aber das ist dann schon recht ähm recht hart also wenn du sechsmal kämpfst und die Sache ist halt eben du kämpfst ja meistens ein bisschen weniger als wenn du ihn bist also und du halt immer auf Competition auf ja ich meine für einen guten Gegner brauchst du auch ein bisschen längere Vorbereitungszeit nein nicht wegen dem es geht darum du kannst nicht sechsmal gegen huere gute Gegner im Jahr kämpfen also weil der Verschleiß wird wahrscheinlich relativ hoch sein natürlich wenn ich immer wieder mal gegen einen Pfeifen kämpfe so wo ich irgendwie in schnellen kämpfe dann kann ich schon viel kämpfen also wenn du gegen sehr sehr gute Leute kämpfst also dann hast du meistens Verschleiß ja ich weiss jetzt nicht das letzte Mal wo ich nicht wirklich halbwegs fit gewesen wäre so körperlich habe ich nicht wirklich relativ bedenkliche Verletzungen vor dem Kampf gehabt so ja ich hatte die letzten drei Kämpfe habe ich wirklich relativ üble Verletzungen vor dem Kampf so ok und äh auf was ist das zurückzuführen also ist das irgendwie ein Fehler in der Vorbereitung oder einfach Pech oder ja das so nicht kann passieren ja also eigentlich ist es dumm ich bin aber irgendwie durch mich gegangen und dann habe ich irgendwie zwei Wochen vor dem Kampf wo es nicht so smart war ja aber ich habe gedacht ja schau mir das einfach als Training an also dass du nicht so smart war und dann habe ich halt dem anderen gemein durch den Kampf gegeben und dann habe ich halt aufgelaufen mit dem Schlüsselbein voll auf seinem Ding auf den Knochen gelegt und dann habe ich so ein Ding äh Schlüsselbein und zwei Risse im Schlüsselbein also das war echt scheisse so dann habe ich mir vor am letzten vorletzten Kampf nein vorvorletzten habe ich einen Teil aus dem Ellenbogen rausgebrochen ja ich bin blöd ich bin bei einem Ding der Fehler hat mich hergedeckt und ich habe ihn verteilt und ich bin irgendwie in einer Kante irgendwie eine Holzkante mit dem Ellenbogen mit dem ganzen Ding weil ich mich in eine Kante habe ja ok und das zieht sich halt jetzt in einem Monat und das sind jetzt Letzten die dich jetzt nicht mehr irgendwie behindert äh das sage ich nicht hehehehe ok ja keine Antwort ist auch irgendwie eine Antwort klar also jetzt schlüsselt auch nicht mehr aber der Ellenbogen ist schon zu einer Sache aber der Ellenbogen ist schon ewig ja aber irgendwie dass jetzt irgendwie Stress ist also jetzt Stress durch die Kämpfe ist auch ein anderes Ding also ich weiß nicht also es passiert ist wenn ich einen meiner besten Kämpfe geöffnet hatte ja das kann ich nicht sagen so es ist in der Vorbereitung voll geschissen aber wer hat den Kampf mehr gelegt die wenigsten Verletzungen ja und ausser das Schlüsselbein das habe ich schon scheisse gefühlt ja ja ich habe noch einen Faust vor das Schlüsselbein kriegt und kommt ach das hat schon recht also ähm was mich noch wundernimmt ist jetzt 2014 steht da und so hast irgendwie äh würdest du dir so ein bisschen wie ein Planzrecht legen so ein bisschen in diese Richtung möchte ich gehen oder gehst einfach so ein bisschen von Kampf zu Kampf so ein bisschen die Angebote machen Kampf dann kommen wieder Angebote mache ich wieder einen Kampf äh aber ohne so nein die Zielsetzung was ich habe ist eine Zahl das ist die einzige Sache eine Zahl ja also eine Zahl auf dem Scheck oder eine Zahl nein dass ich mir einfach sage guck das ist meine Dinge was ich gut ändern will okay oder was meine Dinge was meine Börse wird wie Ende des Jahres was meine Veranstalter zahlen ja das ist die Zielsetzung okay okay aber so ein bisschen jetzt mal also das ist eine Zielsetzung sagen wir mal im finanziellen aber im sportlichen hast du auch irgendwie eine Zielsetzung also ich meine ausser gewinnen ausser gewinnen ist ja klar ja Skalbs mit Heine 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 ja ja das ist eine Zielsetzung aber ja aber sagen wir mal vielleicht gibt es Leute die sagen competition auch höhere competition genau okay ja eben so etwas okay und die competition die höhere competition findest du im Moment einfach in Russland weil von dort die besten Angebote du bekommst ich denke höhere competition wird überall sind es gibt überall wenn du den Preis die höhere competition auch in der UFC das ist schon klar okay bist du da in einem Gespräch mit Joe Silva immer wieder mal okay immer wieder mal und was sagt er so er hat gewinnen gewinnen aber das machst du ja meistens ja ja dann verliere immer wieder mal ja und das ist dann ja und das ist dann und das ist dann ja ja und das ist dann ich würde das Jahr mal eine andere Strategie fahren ich müsste mal das Jahr so ein paar tieferne zusammenschlagen oder nur tieferne nur tieferne zusammenschlagen und dann nicht im Vertrag schützen also man kommt irgendwie nicht mehr draus es wird da einerseits wie gesagt ja weisst musst du gehen musst du gehen musst du gehen und dann und dann sieht man aber wieder zum Beispiel der Gegner von Eric Silva zum Beispiel in Brasilien ist ausgefallen da haben sie einen Japaner verpflichtet der hat die letzten zwei Jahre gar nicht mehr gekämpft ich meine da muss man sagen ja dann kommt es ja eigentlich nicht darauf an was du machst oder irgendwie oder kannst du auch gar nicht kämpfen von Kunschi die UFC also Merix Silva den Gegner zwei Jahre nicht mehr kennst ja weil ich auch für die Kampf gefragt die Wichser okay so können die Gegner ich habe nicht gewusst wer das hat genommen aber ich habe noch gefragt wegen dem Kampf weil ich das gehörst was ich noch gefragt habe ich bekomme für die Kette aber dann weisst du was der Ding ist was die Zielsetzung ist von ihnen ja klar sie wollen ja ja genau ja 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 jetzt haben wir gerade den verloren da die Verbindung verloren äh warte mal schnell Jasu bist du noch da Jasu ja ja es hat plötzlich abgehängt jetzt musste ich schnell da das Gerätli da anhängen jetzt haben wir gerade ein kleinches technisches Problem das kann es auch mal geben jetzt müssen wir da mal schnell an ander Gehælli anhängen hörst du mich jetzt sage mal epres ja da bist du ja herrlich wie er lebt und lebt jetzt hat es vielleicht ein 빨리es Nebengeräusch aber es ist von dem her die beste Maschine Du hast dich für den Erik Silva beworben, für diesen Kampf und so, das wäre natürlich ein geiler Kampf gewesen. Er war einfach wieder ein sehr guter Bewehrungsblut. Absolut. Wenn du einen wieder zusammenbringst, dann bist du gerade oben drin. Dort, wenn du kämpfst. Das ist ein Vorzeigending, der Newcomer ist vom Brasilius. Er hat den letzten Kampf verloren, aber auch der andere schon recht verprügelt, bevor er verloren hat. Ja, das ist ein guter Name, das ist ein Aufstrebender. Wenn man so einen besiegen kann, dann hat man sich auf einen Schlag recht in der Rangliste hochkatapultiert. Ja, erstens das und zweitens hast du einen Not von jedem Ding. Das heisst du, ja stimmt, der Typ ist wirklich in guten Schlägen. Du hast einfach so Wert gelaufen. Genau. Bist du denn immer so am Schauen, was jetzt, ich sage jetzt mal UFC, oder? Weil das kennt man einfach so ein bisschen, wer kämpft momentan in meiner Gewichtsklasse und wenn da irgendwie ein Ausfall wäre, würde ich dann... Ja, aber das habe ich erst letztens angefangen, ehrlich gesagt. Aha. Und ich verhänge es immer wieder mal so, weil ich habe das Zeug von einem Tag schon, du musst die ganze Zeit am Ball bleiben und ich bin halt nicht so den Newsleser, so, das ist das Ding, so. Das ist ein bisschen das Problem, das ich kann. Das Zeug habe ich jetzt alles zufälligerweise gelesen auf meiner Facebook-Ging, so. Ja. Und irgendeinen gepostet hat, CAD ist ausgefallen und dann hat es halt immer wieder mal links, weil ich dann feine Seiten drauf habe. Aber ich liess es eben auch, ich bin nicht erprobiert, dass es von Seiten ist, so. Vor allem auf denen, die up-to-date sind, die ganze Zeit, so. Okay. Was hattest du denn... Aber jetzt habe ich ein bisschen angefangen, so. So, ab und zu einmal mache ich das so. Ja. Weil sagst du denn da so irgendwie irgendeinen Wunschgegner, oder sagst, ja, ist mir scheissegal? Nein, ist mir eigentlich scheissegal, so. Ausser, die Sache ist halt immer, dass halt viele immer die, die immer irgendwie Co-Main-Events oder die Main-Events ausfallen, so. Ja. Bei den Sachen, die ich jetzt gesehen habe, so. Das ist halt ein bisschen das Ding gewesen, so. Und darum habe ich es sicherlich auch die Grenzen gekriegt, so. Ja. Also, sicher findet es immer noch so, wenn ich mal vertrage und möchte schon gegen irgendwie Top-10-Leute an die Grenzen gehen, so. Nur alleine ausgefallen ist, so. Ja. Also meinst du, das ist schwierig, einfach von dem her, dass du vielleicht noch nicht parat bist, oder einfach, dass sie dich nicht nehmen will, sagen, ja, wer bist denn du? Nein, überhaupt nicht, weil du nicht parat bist. Ah. Die Sache ist, äh, sie machen dir das einfach so. Ja, okay. Das ist einfach so. Ja. Ja, klar. Wie, wie fest ist das Problem, dass du vielleicht jetzt aus einer Lampe bist, wo man jetzt nicht so einmessig kennt? Das Problem ist mehr, dass da einfach, jetzt als Beispiel würde es da ein grosses Event geben, wo ich die ganze Zeit einfach pfeifen kann. Und mich auch noch für gut zahlen, so, dann wäre es eigentlich nicht so ein Problem. Das wäre jetzt eigentlich für mich nicht so ein Problem, sondern halt einfach das ansprich von mir. Okay. Hast du das Gefühl, wenn du jetzt zum Beispiel, ich weiss auch nicht, ein Mitglied wärst von Team Alpha Male oder vom American Top Team oder was weiss ich was, so ein grosses Team in den USA, dass dann die Chance weit grösser wäre, dass man dann, weil dann... Keine Ahnung, was Sache ist. Und wenn du vielleicht Top Team wirst, wenn du bei Leuten als Top Team bist. Ja, ja, viele. Dann bist du erst gleich gleich der erste in der Reihe, die es wäre zu empfehlen für die UFC, wenn du irgendwie 10 andere Weltruizen hast, die in Amerika kämpfen, aber nicht in der UFC sind. Oder wenn nicht noch viel mehr. Sowieso. Dann würde ich jetzt gleich dich nehmen, oder? Ja, gerade verstehe. Ich meine, ich finde es geil, du hast dir eigentlich so ein bisschen wie in so einem Nischendasein geschaffen in Russland. Du verdienst dort wahrscheinlich so viel, wie du nirgends sonst würdest verdienen. Ich habe Nischendasein da nicht. Ich müsste dafür machen. Ja, nein. Aber ich... Und eine Nische ist eigentlich nicht. Also Geld verdienen... Ich kenne nicht so viele Ausländer und dort viel Geld verdienen. Also ich... Ich habe jetzt sehr, sehr viel härter Arbeit. Genau, nein, verstehe mich nicht falsch. Das ist ein Nische da. Sie schafft man sich nicht einfach in dem, dass man nichts macht und so klein rutscht. Ich meine, das ist... Wie du sagst, es ist hart erarbeitet worden. Aber ich meine, du hast dir jetzt dort wie so ein bisschen einen Status erarbeitet. Man kennt dich. Man lässt dich gerne ein. Du hast einen geilen Style und so. Und du verdienst dir gut... Gutes Geld. Wie... Wie sehr... Brauchst du eigentlich den Rest noch? Was weisst du den Rest? Im Sinn von? Im Sinn von, dass man halt in Organisationen kämpft, wo man dann... im MMA Junkie und in der MMA Hour und was weiss ich was durch die Medien geschleift wird. Und wo man dann einfach so ein bisschen... Jetzt mal rein öffentlichkeitsbekannter wird. Ja... Wie gesagt... Der Ding ist schon da. Der Drive ist schon da. Und das kriege ich einfach mal jetzt um alles. Ja. Das ist doch so. Aber natürlich wird der Drive da sein, dass ich das auch heute machen soll. Ja sowieso. Weil... Irgendwie... Du sagst jetzt als Beispiel, dass es so ein Ding ist... Was kann man sagen... Die UFCs Champions League. Mhm. Und jetzt ein Fussballer bist du in der Jet Champions League gekommen oder? Hast du auch nicht Bock die ganze Zeit in... In Anführungszeichen in Nebenliegen nicht spielen? Mhm. Da war ein gutes Geld verdienst so. So... Wobei man natürlich sagen könnte, die Gegner die du ja hast. Also... Jetzt Leute wie der... Rashid Magomedov... Und äh... Shamil Savourov... Und so... Albert Humenov... Ich meine das sind auch Leute, die theoretisch alle ein UFC Level haben oder? Also es ist nicht so, dass du einfach in der Nazi-BEU nicht schuld bist oder? Das ist schon so... Es ist schon so... Aber... Bei mir musst du... Du musst ja dann ein Trampellicht für das kassieren. Dass die Leute kämpfst. Und das habe ich nur in Russland. Sondern auf den Rest der Welt nicht. Mhm. Okay. Ich meine... Und da... Da können schon die Leute durch eine Nische reinkommen, indem das so einer von diesen Routen alle verprügelt in der UFC, dann einen Gegner ausfällt von ihnen. Mhm. Und niemand gegen kämpfen will. Wie zum Beispiel... Der... Nur Magomedov? Nein... Der... Der andere... Der... 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 Ja... Wie... Ja... Ich weiss, welch du meinst. Aber jetzt kommt mir jetzt gerade der... Der... Okay... Ja... Und ich meine... Ich meine... Ich meine... Wer darf nur damit... Weil... Vor denen haben die Leute gescheitzt. Weil die Sache ist eben, sie haben nur zu verlieren gegen sie. Die Große haben. Ja... Die haben nur zu verlieren. Weil sie wissen, ja, wer ist denn ich verliere sogar gegen sie. Und das ist in der Rankings viel teurer als ich. Ja... Ist ja auch nicht so ein sexy Name. Die Leute kennen die Leute nicht so aus Russland und so, oder? Ich meine... Wenn das geht ja. Genau... Wenn du jetzt so Leute kämpfst, ist alles Top 10 zu. Ja... Und kein Schwein bekämpft. Ja, wenn sie sehr gut sind. Das hat... Wie gesagt, das habe ich. Das hat auch der... 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 Der jetzt auch Probleme mit Gegner zu finden. Also niemand will gegen ihn kämpfen. Und es ist nicht so wirklich... Also... Einerseits ist er sehr gut. Also die Chancen sind relativ groß, dass du verlierst. Und... Und... Zweitens... Du verlierst dann gegen einen, der in Amerika jetzt nicht einen wahnsinns Namen hat, oder? Ja... Ja... Aber das Ding ist, er hat sich dann auch den gleichen Ding geleistet. Ich finde, dass er... Im gleichen Interview sagt, dass er nicht gegen... Er möchte gegen den Anthony Johnson kämpfen, der ihn ja heisst. Gegen den Michael Johnson, ja. Aber ich finde, der sei schlecht für ihn. Oder Michael Johnson. Ja... Wenn du dir sagen, was du hessest, dann so eine Aussage betrotest. Wenn du... Wenn du gegen den anderen kämpfen, dann musst du nicht irgendwie zuerst den anderen an das Bein tissen. Ja... Ja... Aber selber wolltest du nicht gegen den kämpfen, weil es dir nichts bringt. Ja... 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 Dann machst du genau die gleiche Aussage wie die anderen beiden. Genau... Das war einfach nicht smart, dann wäre er einfach lieber ruhig gewesen und dann gegangen. Genau... Dann... Dann... Dann vergesse ich es. Dann lassen wir das. Dann... Dann hacken wir das an. Ja... Wegen die Optionen... Die Option ist ja die ganze Zeit da. Ja... Also weisst du, wie wir haben, solange ich kämpfe, dann ist die Option die ganze Zeit. Wie gesagt, ich habe mir da... Ich habe mir keinen Ding gesetzt, keine Zielsetzung gesetzt. Oh, das ist jetzt mein Ding. Oder es ist ein paar Monate, was meine Zielsetzung ist. Ja... Geld... Und so, wenn es jetzt um mein Business geht. Ja... Geld und gute Leute kämpfen, Competition und das ist... Das ist Nebensächlich. Ich bin einfach nicht der, der einfach... Weiss ich nicht... Anlässt und die Welt zusammenbricht, wenn er dann nachher nicht dort reinkommt. Genau... Weil das... Weil Sachen schlussendlich reden. Ich kämpfe und wenn es jetzt sein, dann nicht sein und wenn es nicht sein, dann nicht sein. Dann habe ich halt geschissen. So lange... Und schlussendlich mache ich meinen Job genau gleich und ich mache meinen Job genau gleich auch... Ab und zu gut, ab und zu schlecht. Ja... Also meistens gut, muss man sagen. Ja, das geht. Ja, also wenn wir jetzt mal schauen, von den letzten 8 Kämpfen hast du 6 gewonnen und nur 2 verloren. Also von dem her... Äh... Ja, ja, scheissegal. Aber die 2 hätte ja nicht gewonnen. Ja, gut. Ja, ja. Ja, ja. Ähm... Natürlich. Ja, ja, klar. Ähm... Gegen den... Gegen den... Gegen den Humeno fast verloren, dort in Fight Night Battle of Moscow. Was... Das ist die erste Runde, Head Kick and Punches. Was ist dort passiert? Was ist dort falsch gelaufen? Ja. Ich hätte den Kampf einfach abgefangen sollen. Ja. Ich hätte den Kampf einfach abgefangen. Ja. Und zu welchem Grund? Ja. Weil ich eigentlich auch vorgekommen. Wege den Verletzungen und so? Ja. Ich wäre einfach noch eingesetzt worden gewesen. Es war einfach zu viele Probleme. Also ich bin mit dem Kopf nicht bei der Sache gewesen. Genau. Und das hat sich dann auch bis in den Kampf durchgezogen? Bist du irgendwie nicht reinkommen? Oder was war es denn? Ja. Ich wäre einfach mit dem Kopf nicht bei der Sache gewesen. Ja. Irgendwo ganz anders gewesen. Ja. Was nicht heisst, dass er mich sonst nicht besiegt hätte. Aber es ist einfach nicht gut, wenn du so kämpfst. Weil... Der Kopf ist, würde ich mal sagen, eine tragende Rolle. Wenn du kämpfst, dann kannst du nur so viel ziehen. Körperlich so, wenn der Kopf nicht fit ist, dann ist das nicht gut. Und dann gehst du mit einem riesigen Risiko in den Kopf. Also ich muss sagen, ich bekomme zehnmal besser durch Kämpfe, wenn ich körperliche Verletzungen habe, als wenn ich geistige Probleme habe und so. Ja. Das muss ich sagen. Weil körperliche Probleme kannst du durch ein super Training und durch super mentale Fitness wettmachen. Aber geistige Sachen, das kann dich voll aus dem Konzept treuern, wenn es in den Kampf geht. Ähm... Wie arbeitest du am geistigen? Hast du da irgendwie... Es gibt Leute, die arbeiten mit Mentaltrainer, oder Sportpsychologen, oder was weiss ich was. Hast du da auch irgendetwas? Hä? Ähm... Keine Ahnung. Härt arbeiten. Okay. Nicht an den Scheiss denken. Haha. Nicht an den Scheiss denken. Okay. Aber hast du nicht irgendwie... Nein, nein. Machst du dein Ding so. Hast du... Hast du deine Systeme, die du probierst? Ja. Ja. Über die Dinge sind wichtig. Aber es geht immer lang. Es ist nicht etwas auf heute, worum geht es doch. Sind das also so Sachen, die du schon lange mit dir rumschleppst oder ist das so plötzlich Sachen, die passieren, die einen dann einfach beschäftigen oder so? Nein, das ist jetzt das letzte halbe Jahr gewesen. Weil ich auch viele Sachen verändert habe. Ja. Ja. Jetzt sind wir heute mal so. Man ist ja ein bisschen... Der Mensch ist ja ein bisschen ein Gewohnheitstier. Und äh... Gerade wenn so etwas stimmt und gut ist und so, hat man Veränderungen eigentlich nicht so gerne, oder? Sorry? Wenn man so ein bisschen... Wir sind ja so ein bisschen ein Gewohnheitstier, als Mensch, oder? Ja, ja. Man hat aber nicht richtig gehört. Ah. Und der Hund nebenher hat den Schmack zu verlassen. Hahaha. Ja. Ich meine... Die Angelsachsen sagen, never change a winning team. Also wenn es gut läuft, dann mach einfach nichts daran. Oder dann... 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 Schwierig? Ja. Oder nicht schwierig, wegen alleine zu schauen. Schwierig ist mehr, dass du zusammenspielst und um die Prozesse. Das ist halt so. Das musst du zuerst mal finden bei irgendjemandem. Ich meine, das ist nicht ein Prozess, wo du in zwei, drei Minuten hast du irgendjemanden, der das schützen kann. Nein. Ist das wichtig, dass du dann wieder so eine Bezugsperson hast? Wie z.B. ein Trainer oder so? Oder machst du das jetzt einfach? Ja, einfach irgendjemanden im Allgemeinen. Wie gesagt, du bekommst die Kämpfe nicht allein. Nein. Ich habe gesagt, da sind viele Leute involviert. Man muss halt nicht verlassen. Man muss viel verlassen auf die Leute. Du musst ein Team haben, das die ganze Zeit in den Rücken hat. Was du genau weisst, wenn du verlassen kannst, kannst du dich auf die Leute verlassen, im Training und in allem. Das ist schon nicht so einfach. Kannst du jetzt den Entscheid von ihm sich ein bisschen anders zu orientieren? Kannst du das nachvollziehen? Oder ist das etwas, das die jetzt eigentlich ein bisschen anscheisst? 100% nachvollziehen, das ist ja normal. Ja. Ja, wenn ich keinen Bock mehr darauf hätte, warum es nicht aussieht. Was soll ich da? Was soll ich da sagen? Nein, ich mache es jetzt nicht wegen dir. Das geht ja nicht. Ja. Ja. Was hat dann bei ihm den Ausschlag gegeben, um sich jetzt zu entscheiden? Nein. Einfach mal umorientieren. Ja. Wie gesagt, die Sache ist so, das Business ist nicht weiss. Vor allem ist das Business nur weiss, wenn du in der Schweiz davon leben soll. weil es eigentlich die ganze Zeit geht um die Kohle. Ja. Ja. Du hörst mir nicht so viel sagen, es geht mir um mich wie Halligalli und ich will den Geist, weiss ich nicht was. Die Schweiz geht nicht um die Kohle und dementsprechend musst du Geld verdienen, weil... dann wird das sehr schwierig da. Es ist einfach sehr teuer, da zu leben, wenn man ein paar Tausend Franken für einen Kampf bekommt, wird es recht schwierig, oder? Ja, das sage ich. Ja, und nicht mal leben, sondern du musst auch in die Zukunft denken. Ja. Weisst du was? Ich meine, du musst ja so viel verdienen, dass du eigentlich auch noch ein gutes Pölsterli und du denkst, dass du etwas machen kannst nachher damit. Aber das finde ich. Ich bin nicht so ein, als ich da bin erlebt. Ich kann gerne eine Anführungszeichen für diese Dichtigkeit, also was in der Kohle nahebelangt. Hast du dir denn da mal Gedanken gemacht, dass wenn dann irgendwann die Karriere fertig ist, ich meine, du bist jetzt 30, ähm... Ja, also was machst du nachher? Ich habe dir auch schon mal gesagt, Insel, Haus. Ja, das klingt doch super. Ich bin nur. Und meine, meine, meine Dinge, meine Heldengeschichten erzählen. Okay. Und als alten Sack meine Heldengeschichten erzählen. Und nicht mit einem Bier am Elfetia Blatt. Nein. Sondern auch immer am Strand. Ja. Das ist Zielsetzung. Okay. Und äh... Aber gleich irgendwann muss man ja... Also du willst so viel verdienen, dass du dann quasi genug hast, um das nicht mehr arbeiten musst? Nicht nicht mehr arbeiten müssen, aber einfach, dass ich keinen Stress habe, um mir irgendwie viel Gedanken zu machen. Ja. Also das ist irgendwie ein reifer Stress, dann komme ich zu mir, um irgendwas zu machen. Wolltest du in dem Sport oder am Sport allgemein erhalten bleiben, wenn du mal als aktiver Kämpfer aufgehört hast? Über viel. Ja. Ich denke, du bist so wie bei der Uni, wenn du etwas geil gefunden hast. Vor allem, dass du etwas so lange machst. Aha. Du wirst sicher irgendetwas in die Richtung machen. Also, ich kenne jene im Thai-Boxen, die quasi von einem Tag auf den anderen aufgehört haben und nie mehr irgendwie Sport gemacht haben. Ja, vor allem, was passiert mit denen? Ich habe keine Lust, um zu einem fetter, verbitterter Typ zu werden. Ja, ich kenne zu genüge Ex-Sportler, weisst du was ich meine? Ja. Ex-Profis, die sehen halt nicht nur so aus. Also, wenn du die jetzt siehst, denkst du dir, du hast mal Sport gemacht. Ja. Das sind dann eben... Du bist mal Gute. Ja. Die erzählen dann eben ihre Heldengeschichten irgendwie, wo man sich das eigentlich gar nicht vorstellen kann, dass die ehmals etwas gemacht haben. Aber das ist ja jetzt bei dir ein wenig Zukunftsmusik. Du bist ja quasi in the prime. Kann man sagen. Vom MMA-Alten bist du 30. Du bist voll im Saft. Also, jetzt ist quasi now or never. Ähm. Genau. Genau. Ich möchte jetzt aber gleich nochmal schnell einen Moment zurückschauen ins 2013. Für die, aus deiner Sicht, jetzt mal sportlich sehen. Was ist das Highlight gewesen? 2013? Ja. Mhm. Ja. 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 Ja, das hat mir gefallen. Okay. Aber das Highlight war sicher schon Milchkampf. Also nicht mal unbedingt. Also doch schon auch sportlich gesehen. Aber auch so angemein. Ich habe mit dem ganzen Trubel rundherum so. Ja. Das ist... Das ist... Das hat ja recht Promo gegeben und so. Und es war eine grosse Veranstaltung wie Fight Night. Ich meine, wer das noch nie gesehen hat, dann würde ich es wärmstens empfehlen. Man kann es noch einmal auf dem Internet schauen und so. Es sind wirklich riesige Veranstaltungen mit vollen Hallen und mit irgendwelchen russischen Superstars, die singen und so. Ist eine geile Sache. Übrigens, ein cooler Sänger hat der bei der Show. Äh... Mal mal. Mal, der ist geil gewesen. Es ist so ein bisschen Trinkermusik. Das gefällt mir eben noch. Hahaha. Und äh... Was ist jetzt... Das Gegenteil? Was ist jetzt so quasi der negativen Höhepunkt von 2013? Oh, ganz viel. Psychisch Downs. Ein verdammtes langes. Aha. Und natürlich den Kampf angenommen. Der Albert Tumene auf die Kampfer. Und noch auf die Schnur gekriegt. Äh, okay. Kann man sagen. Das ist... Das ist klar. Ähm... Jasu, Danke vielmal, dass du, äh... da redende Antwort gestanden bist. Ich muss, wie bereits gesagt, zum Augenarzt. Der Baumann braucht eine Brille. Also ich kann schon eine. Aber ich brauche noch etwas Besseres. Ähm... Danke vielmal. Und äh... Ja, halt uns auf dem Laufenden vor allem. Äh... Ich nehme an, wenn wäre es optimal für dich nochmal wieder zu kämpfen? Also... Rein vorbereitungstechnisch. Wann können wir mit dir rechnen? Wieder im Ring oder Cage? Äh... Also... Vielleicht Ende Februar so. Ende Februar schon? Sicher so. Ah, okay. Also dann hast du schon fast etwas Konkretes? Weil das wäre ja dann recht wenig Vorbereitendes? Nein, noch nicht. Ah. Also Angebote aber konkret ist das überhaupt nicht so. Aber es ist etwas am Köcheln? Nur ein Datum. Ja, am Köcheln. Einfach mal eine Anfrage. Okay. Und die tönt interessant? Ich habe noch keine Zahl gehört. Aber einfach keine Zahl wird schon gut. Ich nehme jetzt mal an, es geht wieder richtig Osten. Ja, also das wäre auch leider nicht mehr in Sibirien. Aber nicht zum gleichen Veranstaltungen von einer anderen. Aber das wäre wirklich Sibirien. Sibirien. Aber das wäre jetzt wirklich am Arsch von der Haustache. Schlimmer als der Letzte. Februar in Sibirien. Das ist... Das tönt super. Das tönt nach Saukalt. Das tönt nach Saukalt. Also ich habe nur mal geschaut. Momentan ist es in... in Kabarowsk... Was ist es gerade? Ich glaube, Minus 27 Grad. Das ist dort wahrscheinlich... Am anderen in Sibirien. Das ist für uns recht kalt. Für die ist es ein milder Winter. Wie Sie sagen, es ist ein milder Winter, Minus 27 Grad. Ja. Hast du gefunden? Nein. Das ist ja kein Problem. Selbstverständlich nicht. Das sind ja keine Temperaturen. Ja, voll. Super. Ja, so merci vielmals. Und wie bereits gesagt, viel Glück bis 2014 und sicher noch viele Appearances auf dem MMI Love Podcast. Und eben, halt uns auf dem Laufenden, was läuft. Ja, eh, voll. Machen. Super. Danke dir. Und man gehört sich auch. Ja, man gehört sich. Ciao. 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 Das ist ja gewesen, Yasubei Enomoto. Unser Mal aus Russland. Einer wirklich, sicher der, der bestverdienendste MMA-Kämpfer in der Schweiz. Einer, der seit Jahren auf internationalem Level kämpft. Hart arbeitet. Und wirklich alles verdient, alle die Erfolge verdient, die er hat. Wenn ihr etwas wissen über ihn, dann freundet ihr noch auf Facebook Yasubei Enomoto. Enomoto Dojo. Dort könnt ihr alles erfahren, was er über sich berichtet. Dort gibt es auch Clips von seinen Fights, Ankündigung, Promo, diverse Sachen. Immer sehr interessant. Yasubei Enomoto. Voilà, das wäre es eigentlich gewesen für die Episode 41. Wir sind ans Ende gekommen. Und darum bleibt mir Nummer eins eigentlich euch zu danken fürs Zuhören. Ich danke auch meinen Gästen am Volkan Öztemir. Ich hoffe, wir sehen ihn bald in Bellator Cage irgendwie mit in Amerika. Herzlichen Dankeschön auch an Yasubei Enomoto. Auch ihm wünschen wir viel Erfolg bei seinen weiteren Kämpfen. Vielleicht steht er schon bald irgendetwas wieder an. In Russland oder sonst wo in der Welt. Im Aufallfall auch viel Glück. Danke selbstverständlich auch unserem Lieblingsponsor Oli Riesen. Geiler Siech. Merci vielmal. Geht auf seine Seite www.zollkoware.com Er hat dort so ein bisschen wie soll ich sagen sich eine Nische geschaffen mit guten Produkten aus dem Kampfsport die er selber auch benutzt und so. Und da er ein alter Kämpfer ein alter Recken ist in dem Sport im Kampfsport weiss er was gut ist was die Leute brauchen. Dort gibt es www.zollkoware.com gibt es alles für brasilienische Jiu-Jitsu, MMA und Thai-Boxen. Ja. Und wenn ihr euch gleich noch ein Feedback schreiben nach dieser langen Show dann geht doch auf www.mmlofpodcast at gmail.com oder Facebook www.mmlofpodcast 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 www.mmlofpodcast